Mein Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, dich kennen dürfen. Dass wir eine Ausrichtung haben, dass du uns den Weg weist durch den Geist, der zur Gemeinde spricht. Herr, hilf uns, öffne uns die Ohren dass wir hören, wie Jünger hören und öffne uns auch den Mund dass wir nicht nur für uns konsumieren und die Wahrheit in uns aufnehmen sondern, dass wir zu Quellen werden aus denen anderen Menschen trinken können hilf uns bitte, Herr, dass wir in diesem Nachmittag diese Zeit, die wir gemeinsam jetzt im Gebet, im Studium verbringen dass diese Zeit zum ganz besonderen Segen für uns wird persönlich, für unsere Familien, unsere Kinder die da sind und auch für uns hilfreich ist zu wissen, was zu tun ist jetzt in dieser Phase der Weltgeschichte um vorbereitet zu sein, wenn du wiederkommst das ist unsere Bitte, Herr und wir wissen, dass du über unsere Bitten hinaus gerne gibst darauf vertrauen wir und danken dir für den Heiligen Geist den du denen versprochen hast die darum bitten das tun wir weil wir wissen, dass wir abhängig sind von ihm und wollen jetzt lauschen und studieren und bereit sein dass dein Wort lebendig wird und du unter uns auch wenn nicht mit Augen aber trotzdem in deinem Wort sichtbar wirst und hörbar dafür wollen wir dir herzlich danken und dich einladen jetzt bei uns zu sein Amen Gut ja wer Ohren hat, der höre ist unser Generalgedanke an dem wir uns lang bewegen und wir wollen heute Nachmittag meines Erachtens ein ganz ganz spannendes ja Thematik erarbeiten anhand von Bibeltexten über das Bereitsein wir haben gerade gesungen Brüder, lasst uns vorbereiten und ich hoffe und das bete ich ich habe es gerade gebetet dass jeder von uns daraus etwas nehmen kann dass wir wissen was zu tun ist jetzt ich glaube dass Jesus bald kommt ich bin dankbar dass ich das seit ich Adventist bin glauben darf aber je länger die Zeit vergeht je älter ich werde desto überzeugter werde ich davon dass er bald kommt und ich freue mich darauf auf der einen Seite auf der anderen Seite frage ich mich manchmal ob wir was das Thema Wiederkunft betrifft nicht oftmals das zu leichtfertig auf die Schulter nehmen was ich damit meine werde ich gleich zeigen wir haben in anderen Bereichen unseres Lebens gibt es für uns Vorbereitungszeiten Ausbildungsphasen Einführungsphasen egal was es ist Berufe es gibt es ist mir aufgefallen für die wichtigsten Bereiche des Lebens seltsamerweise kaum Vorbereitungsphasen was ich meine ich habe einen Beruf gelernt zwei Berufe gelernt bevor ich studiert habe und da muss man drei Jahre lernen um diesen Beruf tätig sein zu können um einen bestimmten Beruf Berufsbezeichnung tragen zu dürfen da haben wir manchmal drei Jahre für ein Studium brauchen wir vier, fünf, sechs Jahre Medizinstudium sechs Jahre und noch länger für Fachbereiche wir haben so viel Vorbereitung in unserer Gesellschaft für bestimmte Dinge wo wir voraussetzen dass man darauf vorbereitet ist was man tut und bei manchen Sachen wo ich mir denke das sind eigentlich die entscheidenden Dinge des Lebens und der Gesellschaft da gibt es da gehen wir rein und sagen das wird schon irgendwie und so ist es zum Beispiel auch mit Ehe ich meine wir machen Führerscheine wir machen alles Mögliche und bereiten uns darauf vor aber oftmals ich denke jetzt gerade zum Beispiel die Ehe da denken wir ich brauche nur den richtigen Partner und dann läuft es so dachte ich auch mal und dann habe ich gemerkt hoppla da gibt es vieles was ich verlernen muss was als Single nicht auffällt weil du alleine bist aber wenn man zu zweit ist dann kommen Sachen zum Tragen die hast du niemals gewusst über dich und da haben wir keine Vorbereitungsphasen weil wir davon ausgehen dass wir das einfach können und dann gibt es auch die Sache des Christseins der Nachfolge von der wir denken einfach ich tue es einfach das wird schon irgendwie gehen wenn Jesus wiederkommt dann werden wir schon irgendwie wird er das machen dass wir bereit sind wenn er kommt das ist so ein bisschen blauäugig und ich werde es euch zeigen anhand von einem Bibelstudium dass wir gut daran tun das zu erarbeiten für uns dass es Voraussetzungen gibt die die Wiederkunft für uns zu einem Ereignis machen wo wir sagen das ist er auf dem wir gewartet haben und nicht sagen Berge fallt auf uns und verbergt uns vor dem vor dem Lamm und seinem Zorn ich möchte einen Text lesen der uns der uns der uns Leitfaden sein wird über das wie Gott sein Volk vorbereitet auf seine Wiederkunft und ihr werdet euch wundern weil dieser Text bestimmt bisher noch nie in euren Kopf kam in Bezug auf Vorbereitung weil dieser Text gar nicht in Bezug auf die Wiederkunft geschrieben ist ich möchte mit euch lesen Sprüche 20 Vers 9 Sprüche 20 Vers 9 habt ihr es? es ist eine Frage wer von uns kann sagen ich bin rein in meinem Herzen und rein geworden von meiner Sünde ist eine Frage wer kann das von uns sagen und wir werden gleich sehen dass die Frage der Reinheit und der Reinigung überhaupt das Thema ist was die Wiederkunft betrifft in Bezug auf Vorbereitung denn es gibt Dinge die können wir nicht beeinflussen und es gibt Dinge die können wir beeinflussen meistens machen wir uns Gedanken über die Dinge die wir nicht beeinflussen können und kümmern uns darum und die Dinge die Gott uns überlassen hat dass wir darüber Verantwortung übernehmen die geben wir entweder ab oder denken es ist Gottes Sache wenn wir in die Geschichte gehen dann haben wir ein Fundus an Lehrmaterial an an Ereignissen die uns helfen diese Zeit jetzt zu verstehen und richtig einzuordnen zum Beispiel ein Ereignis das für mich eines der der wichtigsten Ereignisse ist in der Bibel die etwas darüber lehren was vor der Wiederkunft Gott vorhat mit seinem Volk und das ist der Auszug aus Ägypten das ist nicht nur meine Überzeugung dass dieser Auszug aus Ägypten und ihre Wanderung durch die Wüste bis an die Grenzen Kanans ein wichtiges Lehrbuch sind sondern der Paulus sagt es auch in 1. Korinther 10 Vers 11 da sagt er erkennt den Text all dies also was in der Wüste dort geschah wiederfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns über die das Ende der Zeitalter gekommen ist ich bin in 1. Korinther 10 Vers 11 also Paulus macht hier ganz deutlich dass das zwar eine wichtige Aufzeichnung ist geschichtlich dass wir sehen was damals passiert ist geschichtliche Dokumentation aber er sagt und das mag man kaum glauben aber es steht dort es wurde in erster Linie für die letzte Generation vor der Wiederkunft geschrieben steht wortwörtlich dort es ist für die geschrieben als Ermahnung für uns über die das Ende der Zeitalter gekommen ist das heißt hier in der Wüstenwanderung steckt etwas drin was existenziell wichtig ist für uns die wir vor der Wiederkunft leben und da wollen wir einfach mal ein bisschen reinschauen im Buch Patriarchen und Propheten lesen wir einen Kommentar den möchte ich gerne euch weitergeben ich lese aus Patriarchen und Propheten 2,67 wer sich das notieren will hört mal die mannigfaltige Erfahrung der Hebräer war eine gute Vorschule auf die verheißene Heimat in Kanaan Gott möchte dass sein jetziges Volk demütig und lernwillig auf die Prüfungen zurückschaut durch die das alte Israel ging und darin eine Belehrung für die Vorbereitung auf das himmlische Kanaan erkennt Zitat Ende sie sagt ganz klar das was diese Geschichte transportiert was die was die Israeliten erlebt haben beim Auszug und vor allem durch die Wüste bis zur Grenze Kanaans sagt sie das ist die Belehrung die wir brauchen als Vorbereitung für die Wiederkunft mit anderen Worten ich ziehe daraus meine Schlussfolgerung wenn ich das richtig verstehe wer die Geschichte durch die Wüstenwanderung nicht richtig versteht was da passierte und wie Gott dort die Menschen durch Prüfungen vorbereitet hat auf Kanaan kann nicht vorbereitet sein auf die Wiederkunft das ist was ich verstehe hier das zeigt welche Bedeutung dieses Ereignis hat und wie wichtig und wie viel Zeit wir verbringen sollten mit diesem Ereignis ich weiß es ist nichts Neues keiner sitzt hier wahrscheinlich drin und hat noch nie was über die Wüstenwandlung gehört das glaube ich nicht aber die Frage ist studieren wir es immer wieder von verschiedenen Blickwinkeln aus und sehen da drin plötzlich Lehren die uns helfen vorbereitet zu sein mit anderen Worten der Bericht vom Auszug der Wüsten und der Wüstenerfahrung beinhaltet lebenswichtige Lehren für die Gemeinde der Übrigen und wurden für uns zum Heil aufgezeichnet und es gibt hier zwei große Auszugsbewegungen wenn ich in die Bibel schaue von der die Bibel schreibt die typologisch miteinander verflochten sind die eine das wissen wir das ist der Auszug aus Ägypten in der Vorbereitung dass sie das Land Kanan einnehmen dass Gott ihn verheißen hat das ist der Typos in der Theologie nennt man das Typos das ist kein jetzt ja das ist ein einfaches Wort das auch in der nicht-theologischen Literatur vorkommt Typos meint nichts anderes als also in der außerbiblischen Literatur würde das benutztes Wort zum Beispiel bei Königen die einen Siegelring haben und ein Siegel ins Wachs drücken dann kommt dieses Wort vor Typos oder Typos im Singular und das ist halt so der Abdruck von einem Original und hier sehen wir wie in der Geschichte damals etwas passierte das in der Zukunft seine Realität findet so wie das Lamm und Christus auch typologisch verbunden und da gibt es viele in der Bibel und bitte macht es euch zum Studium ich meine es ernst es gibt so vieles was man lernt in dem Studium von Typologien Typologien da lernt man so viel das ist unglaublich was für ein Stoff da drin steckt in Schatten und Realität wie das sich bedingt und was man daraus lernen kann aus diesem Schatten also aus dem Typos wie er sich im Antitypos dann realisiert und dann gibt es in der Bibel die zweite Auszugsbewegung das sag nicht ich das können wir aus der Bibel herauslesen und das ist die Adventbewegung die von Gott in Offenbarung 12 in die Wüste geführt wird und dann zu einer bestimmten Zeit aus der Wüste heraustritt vorbereitet wird für ihren Auftrag ihren Auftrag erfüllt unter den Heidennationen und dann letztendlich nach Kanan geht Kanan Typos für den Himmel die neue Erde und das ist spannend Leute das ist extrem spannend also das heißt Typos und Antitypos zusammen stellen den heilsgeschichtlichen Rettungsplan dar und den wollen wir ein bisschen uns näher anschauen also die Gefangenschaft der Sünde hilft mir machen wir das zusammen ein bisschen Typos, Antitypos ihr seid ja ich meine vieles muss ich euch gar nicht sagen da könnt ihr selber Predigten halten die Gefangenschaft in Ägypten Typos was ist das Gegenstück und bitte nicht flüstern weil ich ihr dürft ruhig sprechen laut deutlich richtig woher wissen wir das dass es die Gefangenschaft in der Sünde bedeutet nein es ist nicht die Offenbarung es ist Johannes 8 wo ganz deutlich steht ihr wisst ab Vers 31 wo steht wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort so seid ihr wahrhaftig meine Jünger dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird er frei machen und dann geht er weiter und sagt wer die Sünde tut Vers 34 wer die Sünde tut ist der Sünde Knecht oder ein anderer Text wo Paulus sagt wem ihr euch unterordnet und zu Knechten macht dem müsst ihr dienen sei es der Sünde sei es der Sünde zur Ungerechtigkeit oder der Gerechtigkeit und so weiter ihr kennt das also das ist nicht erfunden sondern das sind Muster die in der Bibel sind die ein Auslegungsschlüssel sind um zu verstehen was Gott vorhat vor der Wiederkunft und wenn wir diese Schlüssel nicht haben diese typologischen Bilder die ineinander verzahnt die ineinander greifen können wir nicht wirklich verstehen was vor der Wiederkunft Gott vorhat mit uns oder zum Beispiel die Tyrannei die Tyrannei des Pharaos Typus was ist der Antitypus dazu ich lasse euch nicht ziehen was ist das Gegenstück dazu der Antitypus natürlich Pharao spielt die Rolle Satans ich lasse euch nicht gehen wer ist denn euer Gott ich bin Gott hier in Ägypten das ist mein Territorium wer ist denn schon euer Gott und Gott muss ihn demütigen und ja das ist ein Bild im Antitypus für Satan der die Gläubigen nicht ziehen lassen will aus der Knechtschaft der Sünde die dürfen ruhig an Gott glauben die Hebräer durften auch an Gott glauben in Ägypten aber sie durften nicht raus aus der Knechtschaft dagegen hat Satan was er hat nichts dagegen dass du Adventist bist und glaubst aber er hat was dagegen dass du die Sünde überwindest und dass du rausziehst aus der Knechtschaft der Sünde aus der Abhängigkeit dass die Sünde Macht über dich hat da hat was Satan dagegen dann gibt es dort den Mose der geschickt wird um das Volk rauszuführen Typus was ist der Antitypus natürlich Mose sagte einem Propheten wie mich wird der Herr euch senden den sollt ihr hören Mose ist der Typos für Jesus Christus der kommt und der der Schlange den Kopf zertritt so wie Mose seine Schlange die Schlange des Pfarrers gefressen hat und gezeigt hat wer der Schöpfer ist und Jesus kam wie Mose und er hat sein Volk befreit alle die raus wollten aus der Knechtschaft Gott hat nie geplant es war nie Gottes Plan dass Israel sein Volk 40 Jahre lang ich hoffe das wisst ihr es war nie Gottes Plan dass 40 Jahre lang Israel durch die Wüste wandern sollte er hatte ihnen nämlich verheißen dass er sie auf direkten Weg führen wollte ich habe mal ausgemessen wie viele Kilometer das sind wären sie direkten Weg gegangen sind 360 Kilometer das ist von hier nach München München knapp hinter knapp hinter München eben von mir aus wäre es ungefähr nach München knapp 400 Kilometer von uns aus also damit ihr eine Vorstellung habt das ist schon ein Stückchen aber es sind nicht 40 Jahre 360 Kilometer kann man gut hinkriegen in einigen Wochen wenn man Kinder und Tiere dabei hat in einigen Wochen kriegt man das hin also das war Gottes Plan so schnell wie möglich zum Ziel auf nicht immer auf kürzesten Weg aber so schnell wie möglich denn ihr wisst in der Bibel steht dass Gott sagt der hat sie einen Umweg gehen lassen um die Philister herum damit sie nicht entmutigt werden also nicht auch es ist so eine wichtige Botschaft da drin was jetzt nicht mein Thema ist aber wenn du auf dem Weg merkst dass es manchmal länger dauert mit deinen Gebeten für eine Person für Kinder die nicht mehr zum Glauben finden oder nicht mehr in die Gemeinde kommen oder wenn du für irgendwas betest und du merkst da passiert scheinbar nichts glaub bloß nicht dass das so ist dass immer nie was passiert Gott geht manchmal nicht den kürzesten Weg sondern den besten Weg das sieht man dort als er sie um die Philister herum aber das war eine relativ überschaubare Umweg das waren aber keine 40 Jahre ich lese euch mal was vor aus ausgewählten Botschaften Seite 68 ein paar inspirierte Gedanken dazu es entsprach nicht dem Willen Gottes dass Jesu Wiederkunft verzögert werden sollte Gott hatte nicht vorgesehen sein Volk 40 Jahre durch die Wüste wandern sollte er wollte sie auf direkten Weg ins Land Kanaan führen um dort als heiliges gesundes und glückliches Volk zu leben merkt euch mal diese Aspekte sie sollten nicht einfach dort leben und immer genug zu essen haben satt Milch und Honig fließt da und was denkt man Milch und Honig fließt da ah da gibt es immer genug zu essen das war nicht das erste Ziel sondern sie sollten was sein heilig Thema voriges Thema gesund und glücklich sein denen ich lese weiter denen es aber zuerst gepredigt worden war die konnten nicht hineinkommen jetzt zitiert sie Hebräer 3 Vers 19 wegen ihres Unglaubens ihre Herzen waren mit Murren Auflehnung und Hass erfüllt und so konnte der Bund an ihnen nicht erfüllt werden jetzt festhalten Markierer nehmen in euren Gedanken weil ihr habt ja nichts zum Anstreichen Unglaube Weltlichkeit Profanität ist unser Thema heute Morgen gewesen das Gegenteil von Heiligkeit Mangel der Hingabe und Streit unter Gottes bekennendem Volk haben uns so viele Jahre in dieser Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen es entspricht nicht dem Willen Gottes dass Jesu Wiederkunft auf diese Weise verzögert werden sollte was heißt sie wurde verzögert wir leben jetzt in einer Verzögerung sonst wäre er schon lang da ich sage jetzt mal auch wenn es sich das komische anhört ich bin Gott dankbar dass er die Winde bisher zurückgehalten hat weil viele von uns unseren Verwandten Kindern noch nicht bereit sind aber das wird nicht immer so weitergehen Gott wird die Zeit nicht ewig anhalten oder die Winde nicht ewig zurückhalten Offenbarung 7 für jeden der noch irgendwo vielleicht doch noch irgendwann ist ein Punkt wo ein Schnitt passiert und wo jeder sich entscheiden muss egal sei es zum Leben oder zum Tode und dann noch hier ein kurzes Zitat aus einem Brief der Brief 184 von 1901 da sagt sie in einem Satz ähnliches sie sagt aufgrund seines Murrens und seiner Auflehnung wurde das Volk Israel 40 Jahre vom Land Kanan ausgeschlossen dieselbe Sünde hat den Eingang des modernen Volkes Israel ins himmlische Kanan verzögert welche Sünde habt ihr es euch gemerkt Unglaube Weltlichkeit mangelnde Hingabe und Streit das heißt was sie hier macht ist als Auslegerin Bibelauslegerin wir sehen hier sie macht das gleiche was wir gerade vorhin gemacht haben sie macht eine Typologie zwischen den Ursachen der Verzögerung und den Ursachen der Verzögerung vor der Wiederkunft und das ist wichtig für uns weil wir wir oftmals darauf schauen ja was ist es da in der Welt die Weltlichkeit die anderen Christen die nicht alle 10 Gebote annehmen wollen oder was auch immer aber wir haben uns vielleicht selten überlegt ob ich dazu gehöre der die Wiederkunft aufhält schon mal überlegt den Gedanken ob ich einer von denen bin von denen es heißt in 2. Petrus 3 Vers 8 wo er sagt der Herr verzieht nicht seine Verheißung wie es manche dafür halten sondern er hat Geduld mit euch damit niemand verloren gehe wen spricht er an an wen hat Petrus damals geschrieben Quizfrage an wen ist 2. Petrus geschrieben der Brief steht direkt am Anfang des Briefes da führt er sich ein und sagt ich Petrus und dann sagt er an wen er schreibt schaut mal nach an wen schreibt denn der Petrus an die Heiden an die Kananiter an die Midianiter er schreibt an die Gemeinde und er sagt sogar wo im Brief an welche Gemeinden er zählt sie sogar auf in Kleinasien sagt er das sind die sieben Gemeinden er schreibt seinen Brief an die Gläubigen auf Deutsch er schreibt sie an die damaligen Adventisten haben die an die Wiederkunft geglaubt zu der Zeit als Petrus den Brief schreibt ja oder nein natürlich ist das Thema von 2. Petrus 3 könnt ihr schauen oben wo er über die Spötter redet die sagen wo bleibt die Verheißung seines Kommens es geht ums Thema Wiederkunft bei diesem Kapitel und er sagt der Leute ihr täuscht euch Gott verzieht den nicht sondern er hat Geduld mit euch er redet nicht von den Heiden er sagt ihr seid der Grund warum es zu einer Verzögerung kommt deswegen sage ich euch und dann kommt diese Frage in Vers 10 und 11 da sagt er Fadenriss ich kenne den auswendig 2. Petrus das muss ich nachschlagen ist ja auch keine Schande Vers 11 da nun dies alles aufgelöst wird er spricht von Vers 10 mit dem der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht dann werden die Himmel mit Krachen vergehen die Elemente werden vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen da nun dies alles aufgelöst wird wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihn ergreift an welchem die Himmel in Glut sich auflösen und die Elemente von Hitze zerschmelzen werden in einer anderen Übersetzung in meiner Luther steht normalerweise da steht wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel er bringt meine persönliche Denk und mein Denken und mein Leben bringt Petrus hier direkt in Verbindung mit der Verzögerung mit der Vorbereitung auf das und er sagt Leute wenn das alles so die Bibel schreibt dass es alles verbrannt wird alles vergehen wird ziehen wir dadurch Rückschlüsse auf unser Leben und sagen können wir bestehen ich interpretiere das jetzt nur können wir bestehen sind wir feuerfest auf deutsch gesagt das ist das Thema was er hier hat er sagt das verbrennt alles seid ihr feuerfest das war in Babylon die große Frage als Asaria Michael und Anania im Ofen waren da war die Frage sind die Leute feuerfest und das ist hier das große Thema und das soll unser Thema auch sein und vor allem wollen wir uns jetzt einen Aspekt anschauen und zwar na logisch den Teil der Wüstenwanderung der direkt vor dem Übertritt über der Grenze sich beschäftigt warum weil wir da am meisten lernen für die Phase kurz vor der Wiederkunft was da passiert und ihr werdet gleich sehen wenn ihr typologisch denkt wie frappierend die Parallele ist zu heute es ist unfassbar ich kriege Gänsehaut wenn ich das lese frappierend eins zu eins man muss es aber typologisch verstehen dann sieht man es wie ein Film vor sich Mensch das ist unsere Geschichte was da steht aber eins zu eins das ist spannend und zwar was passierte damals ihr könnt ja schon mal aufschlagen aber wartet noch kurz ihr wisst wo es ist wo das zu finden ist es ist 4. Mose Kapitel 13 und 14 wir werden aber nicht die ganzen zwei Kapitel lesen sondern nur Ausschnitte daraus was war damals geschehen habt ihr euch mal einfach mal so runtergebrochen mit euren Worten nicht was da steht und wie und was theologisch sondern mit euren Worten selber formulieren was ist damals passiert warum konnten die nicht rüber gehen die standen da nach ein paar Wochen vor der Grenze und sie konnten nicht rüber gehen was ist da passiert okay Angst bekommen genau das ist die Geschichte mit den Kundschaftern wissen wir wir sind Bibelstudenten sie haben nicht vertraut auf Gott richtig ja richtig ihr erzählt jetzt lauter Sequenzen daraus das ist richtig sie haben sich gesagt gehen wir doch gehen wir doch wieder nach Ägypten und so okay kommen wir auch noch drauf sehr guter Gedanke da kommen wir gleich noch drauf es geht auch da um Fragen wie kommt man zu einer Entscheidung bitte okay okay Leute sammelt diese Sachen ihr könnt selber darüber eine Predigt halten ganz im Ernst macht das studiert es ich möchte es noch einfacher formulieren völlig untheologisch ich habe mal versucht für mich das so weit runter zu brechen dass es absolut auf die unterste Ebene kommt was damals passiert ist was war der die Ursache was war der springende Punkt an allem warum das sich so entwickelt wie es sich dann vor der Grenze entwickelt und zwar gab es eine unterschiedliche Sichtweise es war eine Spaltung im Volk über die Sichtweise ob und jetzt merkt das gut ihr denkt ja jetzt gerade heute Nachmittag typologisch auf zwei Ebenen gleichzeitig es war eine unterschiedliche Sichtweise darüber ob es möglich ist das Land einzunehmen oder nicht und jetzt bitte ich euch denkt parallel typologisch damals war es die unterschiedliche Sichtweise können wir das Land einnehmen antitypisch heißt das was wann kann jemand den Himmel einnehmen das himmlische Kanan was muss überwunden werden raus aus Ägypten durchs Meer Paulus sagt das Meer war Symbol für was typologisch er sagt sie sind alle auf Mose getauft worden im ersten Korintherbrief das ist die Taufe das heißt die kommen raus aus der Knechtschaft von Satan werden durch die Taufe geführt durchs Meer und jetzt gehen sie jetzt kommt ihre jetzt kommt die Arbeit wo Gott an ihrem Charakter arbeitet die Heiligung jetzt fangen sie an unter Gottes Einfluss wieder zu lernen was es heißt Gottes Volk zu sein was es bedeutet gehorsam zu sein dann sollt ihr Holz sammeln dann nicht sie sollten den Sabbat wieder halten können denn die haben den Sabbat zwar gehabt aber sie konnten ihn nicht mehr verstehen und nicht mehr feiern 400 Jahre das Vertrauen zu Gott okay hatten wir schon mal einmal aber wir kommen gleich drauf und jetzt denkt gleich parallel was bedeutet es antitypisch im Kontext des Neuen Testamentes vor der Wiederkunft was bedeutet es ungleicher Sichtweise darüber zu sein ob es möglich ist den Himmel einzunehmen spannend ich sage euch das ist so spannend gehen wir rein in den Text die für der Mose 13 lasst uns reingehen direkt am Text es ist einfacher zu sehen ich gehe das bitte nicht ganz durch ich möchte nur wesentliche Aspekte kurz rausgreifen weil ihr den Text kennt und ihr könnt es für euch vertiefen aber ein paar Verse möchte ich in einem Stück lesen damit der Kontext wieder lebendig wird und für die die das vielleicht noch nie gelesen haben wir wissen was geschehen war es werden Kundschaften ausgesandt von Mose zehn Stück an der Zahl und sie sollen letztendlich vorausgehen und ihr Plan der Plan der Plan war der Plan war dass sie das bestätigen sollten als Augenzeugen bestätigen sollten was Gott sowieso schon gesagt hat Gott hat gesagt ich führe ein Land ihr werdet es einnehmen ihr werdet die Feinde die Heiden um euch her vertreiben und so weiter sie sollten ja als heiliges gesundes und glückliches Volk dort leben das war der Auftrag und jetzt werden die kommen die zurück und da steigen wir ein und wir hetzen nicht durch sondern wir schauen uns die Elemente die entscheidend sind typologisch ganz genau an jetzt kommen sie zurück ab Vers 26 nein 25 lesen wir mal ab 25 bitte und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten kehrten sie zurück und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen und sie erzählten ihm und sprachen Vers 27 wir sind in das Land gekommen in das du uns sandest und es fließen wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht Bestätigung was Gott gesagt hat Gott wird das Zeugen das was Gott versprochen hat die Verheißungen werden bekräftigt und bestätigt nächstes Wort aber und ich sage es jetzt gleich weil die die Zeit rennt immer so deswegen sage ich jetzt gleich was ihr parallel gleich mitdenkt jetzt braucht ihr eine dritte Ebene Typos Antitypos und die dritte Ebene kommt mit mir zurück zum Sündenfall was war der Weg den Satan Eva geführt hat am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse was war der erste Schritt Zweifel und jetzt pass auf genau so exakt genau so geht Satan mit Jesus in der Wüste um als er als Engel des Lichts auftaucht das erste was er macht ist Zweifel und ich verrate euch jetzt nebenbei unter vorgehaltener Hand es gibt keine andere Methodik Satan hat nur eine Methodik drauf er hat keine andere und wenn ihr das versteht sein Vorgehen wenn ihr die Anatomie der Rebellion versteht könnt ihr ihn immer entdecken in jedem Buch in jedem Artikel in jedem Vortrag in allem könnt ihr ihn entdecken wo er sich versteckt sei es hinter einer Schlange sei es hinter dem Engel des Lichts in der Wüste bei Jesus sei es in einem Vortrag oder ob er sich als Engel des Lichts sonst wie versteckt ihr werdet ihn immer erkennen können weil er niemals niemals in der ganzen Bibel alles was über Satan steht immer nur ausschließlich diese drei Schritte geht niemals anders und die waren so erfolgreich die drei Schritte dass er der Meinung ist damit wird er auch die letzte Generation zu Fall bringen nebenbei im großen Kampf steht wörtlich drin dass so wie die Sündenfall begannen hat die Tragödie so wird die Weltgeschichte enden mit derselben Tests mit exakt denselben Tests und dann versteht ihr warum es so wichtig ist wenn sie sagt wir haben nichts für die Zukunft zu fürchten es sei denn dass wir vergessen wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat und seine Lehren Zitat Ende und jetzt aber aber das stimmt ja Gott hat gesagt aber das Volk das in dem Land wohnt ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort die Amalekiter wohnen im Land des Negev die Hethiter Jebusiter Amoriter und wohnen im Bergland und die Kananiter am Meer und entlang des Jordan okay erster Punkt haltet euch fest und markiert es in eurer Bibel wenn ihr wollt Zweifel was hier jetzt kommt in den nächsten Versen ist ein wiederholter Versuch des Sündenfalls vielleicht sage ich es gleich jede Sünde jede Versuchung wo Satan einen Menschen versucht dass er zur Sünde geführt wird und verleitet wird jede Sünde jede Niederlage gegenüber einer Versuchung geht immer nach demselben Muster es gibt nichts anderes es gibt nur dieses Muster das Wort Gottes in Frage stellen was ist das Gegenteil davon was ist das Gegenteil von Zweifel Vertrauen in Gottes Wort es ist übrigens gleich die Medizin dazu jetzt geht es weiter jetzt kommt und meldet sich der Kaleb zu Wort und er beschwichtigt das Volk gegenüber Mose und sprach und wer die vorigen Kapitel gelesen hat wird sehen Kaleb wiederholt eins zu eins die Worte Gottes der erfindet nicht mal selber was das ist nicht mal seine eigene großartige Wortschöpfung sondern mit kleinen Veränderungen ist es genau das was Gott ihnen versprochen hat was ich sagen will ist Kaleb zitiert die Bibel als Lösung er beschwichtigt das Volk indem er nicht einen langen sagt und dies und jene Beweisführung und guckt auf die Trauben und so der sagt Leute er wiederholt jetzt die Worte Gottes 30 er beschwichtigt das Volk gegenüber Mose und sprach lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen denn wir werden es ganz gewiss bezwingen was ist das genau das Gegenteil Ermutigung Vertrauen Gott hat recht er hat gesagt wir gehen da rein und wir werden diese Feinde bezwingen wir werden lasst uns tun aber die Männer die mit ihm hinaufgezogen waren sprachen wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk denn es ist stärker als wir wie nennt man das Vers 31 wie nennt man das Angst gut Unsicherheit aber was ist das nicht was die Ursache was ist es was die sagen Vers 32 steht es was es ist es ist ein 32 und sie brachten das Land das sie erkundet hatten in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen oder Luther sagt sie brachten ein Gerücht auf was ist ein Gerücht eine Lüge Bingo Zweifel sollte Gott gesagt haben Lüge ihr werdet keinesfalls des Todes sterben wir können keinesfalls das Land einnehmen das ist eine Lüge sie sind stärker als wir eine Lüge seht ihr das was hier Satan macht das gleiche wie im Eden er hat nichts anderes drauf er hat nur diese eine Methode Zweifel dich schwächen dich destabilisieren in deiner Statik in deiner Glaubensstatik destabilisieren noch nicht die Lüge sondern dich erst destabilisieren und wenn du destabilisiert bist dann kommt die Lüge das Land das wir durchzogen haben um es auszukundschaften ist ein Land das seine Einwohner frisst in der Wüste in der Turkana Wüste bei dem Stamm Turkana ich weiß nicht ob ich das mal erzählt habe wisst ihr was da passiert wir haben da Evangelisationen in verschiedenen Maniatas gemacht so Siedlungen ich habe davon schon mal erzählt ich erzähle das aber jetzt nicht nochmal was anderes und Gott hat so gesegnet er hat so viele Leute zur Entscheidung geführt in Natundun wo wir jetzt das Zentrum gebaut haben gibt es jetzt über 200 getauft Adventisten und die stehen gut das sind gute Leute echt wenn die Turkana was angenommen haben die sind nicht so leicht von was abzubringen und und wir sind haben Evangelisationen gemacht und in einem Dorf in in einer Maniata Siedlung ich habe gerade den Namen vergessen wie sie heißt da gab es eine katholische Kirche und ist interessant was der Satan sich da einfallen lässt die Ungläubigen also die Animisten da hat der Teufel ihnen ins Ohr gesetzt die Adventisten fressen ihre Kinder wenn ich das immer lese hier muss ich sofort dran denken die fressen ihre Kinder genau das gleiche wurde über Adventisten in der Wüste gesagt bei den Animisten die fressen ihre Kinder und die Leute haben so eine Angst vor uns bekommen und als ich dort ankam mit meiner Familie 2015 und meine Söhne dabei hatte die fallen natürlich sofort auf dort die haben noch nie weiße Kinder gesehen bis 2015 noch nie da wo wir waren irgendwo in der Nähe von der Stadt sicherlich mal von der UN jemanden oder sonst was aber die kommen selten mit Kindern also weiße Menschen kennen die aber Kinder haben sie noch nicht gesehen weiße und das war natürlich der Hit meine Söhne und da sind die ganz schön ins Grübel gekommen dass ich meine Kinder noch nicht gegessen habe und ich sage das verkürzt die katholische Kirche die hat sich was anderes einfallen lassen die haben gesagt da lief irgendwann die Station und dann kamen Leute die kommen die erleben nicht so viel die sitzen unter dem Baum kennen Ziegen Kamele das Leben ist das gleiche die Männer sitzen jeden Tag unter dem Baum und warten bis es Abend wird und und wenn da was los ist und da jemand spricht und der noch weiß ist und oh da kommen die Leute völlig egal was du sagst die kommen sicher und wenn man noch singt und dann Sachen sagt die wir noch nie gehört haben und sie verstehen Gleichnisse mit ihnen macht und Object Lessons boah das ist für die wie ein Zirkus fast und die kamen immer mehr kamen Katholiken und dann hat der Priester gesagt er war noch nicht mal ein richtiger Priester wenn ihr dorthin geht dann werdet ihr alle ausgeschlossen dann dürft ihr hier nicht mehr herkommen dann gibt es keine Spenden mehr an Bohnen Mais und so weiter und so fort was glaubt ihr was passiert ist nächster Vortrag doppelt so viel hat er gesagt alle die jetzt das nächste Mal hingehen werden sofort ausgeschlossen glaubt ihr wie viel da war die ganze Kirche der war nur noch dort gesessen mit seinem Diakon und ich mach's kurz ich komm immer noch nicht auf den Namen wie die Gemeinde heißt ich kann euch ein Bild jetzt zeigen wo alle so dastehen und winken euch winken ich hab's jetzt hier nicht alle alle bis auf den bis auf den Priester sind heute alle Adventisten die sind alle zur selben Zeit getauft worden die haben sich nach der Evangelisation alle entschieden für Jesus für den Sabbat für die Wahrheit alles was sie verstanden haben haben sie angenommen haben gemerkt wie die Druck machen und wie wir anderer Geist da war haben sich alle entscheiden lassen das ist heute eine komplette Gemeinde mit ich weiß nicht 120 Gliedern unglaublich der Teufel lässt sich einiges anfangen oh die fressen ihre Kinder muss ich immer dran denken die fressen ihre Kinder Leute was hier passiert ist eine Lüge eine glatte Lüge genau was im Garten Eden passiert ist Zweifel hat Gott wirklich gesagt und jetzt kommt die Lüge und diese zwei Dinge sind tödlich die beiden sie sind beide schlimm aber beide zusammen sind ganz ganz gefährlich aber es geht nicht weiter es geht es geht hier weiter meine ich lesen wir mal weiter das Land das wir durchzogen haben und es auch zu können ist ein Land das seine Einwohner frisst und alles Volk das wir darin sahen sind Leute von hohem Wuchs wir sahen dort auch Riesen Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen was die Folge was passiert jetzt da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht und alle Kinder Israels murden ich bin in Vers 2 14 und alle Kinder Israels murden was passiert jetzt gegen Mose und Aaron was die Folge aus Zweifel und Lüge was passiert daraus Rebellion Gegenleitung denkt daran seid ihr schon seid ihr noch dabei mit Typologie wer ist Mose hier er ist der typologische Jesus wenn wir verstehen wollen wir haben vorher das alles gelesen dass es ein Bild ist für die letzte Zeit es ist aufgeschrieben für uns zur Ermahnung auf die die letzte und so weiter vergesst das nie was wir alles für Schubladen geöffnet haben und jetzt steht hier sie murden gegen Mose wenn das für uns zur Ermahnung geschrieben ist wissen wir dass vor der Wiederkunft an der Grenze Kanans wenn Jesus uns hinführt und sagt geht dass es eine Rebellion geben wird gegen Jesus und zwar gegen das was Jesus gesagt hat wir gehen darüber es ist möglich aber das ist viel komplexer noch in der jetzigen Zeit als damals in der Typologie wartet mal ab wir lesen weiter ich meine keiner würde von uns wissentlich gegen Jesus rebellieren keiner würde das tun von uns der Stefan hat vorhin was Interessantes gesagt nebenbei mit dem Wort Mehrheit passt mal auf ach dass wir doch im Land Ägypten gestorben werden oder noch in der Wüste sterben würden das hat Elia auch mal gesagt als er nur noch auf sich konzentriert hatte nur noch auf sich geschaut hat ich bin der einzige der für dich noch geeifert hat ich bin der einzige der für dich eifert Gott sagt 7000 hast du übersehen Elia 7000 Leute und außerdem was machst du denn hier am Berg Horeb was hast du hier zu suchen und warum führt uns der Herr in dieses Land dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden ist das nicht besser für uns wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren antitypisch die Widerstände die Widerstände auf dem Weg zum Himmel sind zu groß wir können das nicht einnehmen die Überwindung ist nicht möglich versteht ihr um was es hier für ein Thema geht es geht um das Thema Überwindung Überwindung von Heidentum Überwindung von Widerständen Überwindung von Sünde nein das geht nicht ist zu groß geht nicht wir können nicht überwinden lasst uns wieder zurück in die Knechtschaft gehen das ist viel besser versteht ihr um was es antitypologisch geht es geht darum die Frage die unterschiedliche Meinung die dazu führt zu diesem dass manche sagen ey das geht lasst uns vorwärts gehen wir können überwinden wir können das Heidentum überwinden wir können Sünde überwinden wir können unsere eigenen Fehler überwinden wir können unseren Charakter überwinden wir können überwinden weil Gott es gesagt hat die anderen sagen es geht nicht man kann nicht überwinden man kann nicht in das neue Jerusalem in den Himmel einfach reinmarschieren mit Überwindung die Probleme sind zu groß keiner kann die Sünde überwinden wir sind alle Sünder wir können nicht die Sünde überwinden das ist was hier auf dem Spiel steht antitypisch unterschiedliche Sichtweise darüber ob das Land einzunehmen ist und ob Gottes Verheißungen wahr sind oder ob Gott lügt wenn er sagt geht vorwärts oder jetzt im Bibeltexten ausgedrückt Philippa 4 Vers 13 alles vermag ich durch den der mich stark macht alles wir singen das alles vermag ich durch den der mich stark macht alles vermag ich durch Jesus Christus er ist uns Wahrheit und Leben er ist uns Licht und dann gehen die Strophen weiter glauben wir das oder singen wir das nur alles vermag ich kann man die Riesen überwinden kann man die Widerstände überwinden kann man den Charakter überwinden kann man kann man seine negativen Dinge überwinden die ich vielleicht ererbt bekommen habe von meinen Eltern kann ich überwinden die Sünde kann ich das auf dem Weg nach Kanaan das ist die Frage die hier auf dem Spiel steht und von 10 Leuten macht 100% wie viel Prozent haben gesagt es geht nicht 80% haben gesagt es geht nicht das ist die absolute Mehrheit in einem Ausschuss wäre das die absolute Mehrheit es wäre nicht einstimmig aber es wäre die absolute Mehrheit was passiert in Ausschüssen mit 80% für und 80% dagegen oder 80% dagegen und 80% und 20% für was passiert man entscheidet sich nach der Mehrheit natürlich ich verkürze das jetzt ein bisschen natürlich spielt die Bibel eine Rolle hoffentlich der Geist der Weissagung wenn es bei Gemeindeausschüssen geht aber in der Regel handeln wir nach der repräsentativen Demokratie so heißt unser Führungssystem das ist Gott gegeben das ist nichts Böses repräsentative Demokratie wie wir angeordnet sind von Generalkonferenz diese Verteilung der Verwaltung der Gemeinden das ist ein gottgegebenes System aber du kannst alles was Gott gegeben hat benutzen du kannst die Bibel nehmen und wenn es dir drauf ankommt kannst du mit der Bibel mit diesem Buch Menschen in den Ruin treiben ja oder nein ich brauche sie nur missbrauchen ich zitiere nur die Hälfte ich lasse Teile weg oder was auch immer wie Satan das macht bei Jesus denn es steht geschrieben als er gemerkt hat oh der antwortet mit der Bibel dann hat er gesagt es steht geschrieben er wird deinen Fuß er zitiert Psalm 91 er wird deinen Fuß nicht an den Stein stoßen lassen was zitiert ihr Psalm 91 aber er lässt den nächsten Vers weg da steht und er wird auf den Kopf von Drachen treten und Schlangen das lässt der Satan weg versteht ihr 80% hier sagen es ist unmöglich lasst uns jetzt kommt's lasst uns zurückgehen in die Knechtschaft der Sünde ihr müsst es ihr dürft es nicht nur historisch das Sehen des Ereignis die Bibel und der Geist der Weisagung sagen es ist das Lehrbuch für die letzte Generation um vorzubereitet zu sein was auf uns zukommt und das wiederholt sich eins zu eins das heißt die Mehrheit sagt wir bleiben in der Knechtschaft weil die Überwindung nicht möglich ist der Probleme es ist zu groß die Probleme da reinzukommen ins Land das ist was passiert vor unseren Augen in der Theologie wir haben immer mehr Leute die sagen es ist nicht möglich die Sünde zu überwinden ist nicht möglich keiner ist sündenfrei wir werden sünden bis wieder Jesus wiederkommt das ist was hier passiert geht nicht es ist ein Riesen unmöglich wir sind in unseren Augen wie Grashüpfer Heuschrecken übersetzt es mal antitypisch man schaut auf was auf seine Schwäche und daraus ziehe ich die Schlussfolgerung aufgrund meiner Schwäche und sage guck mal wir sind Grashüpfer wir sind theologisch Heuschrecken und übrigens die anderen sehen uns auch so das ist was hier passiert und genau das passiert jetzt es gibt unter uns Menschen heute gibt es Menschen es gibt sogar Theologen die sagen wir sind Heuschrecken theologisch gesehen ist nicht möglich da rein zu gehen obwohl Gott gesagt hat es ist möglich alles vermag ich durch den der mich stark macht es ist möglich Anne Weid geht so weit sie sagt Gottes Gnade reicht aus um alle ererbten oder anerzogenen Charakterschwächen zu überwinden selbst wenn sie vererbt sind und ich gar nichts dafür kann ich komme auf der Welt mit einer genetischen Disposition sagen wir mal zur Homosexualität oder zu sonst irgendwas oder zum Alkoholismus es ist medizinisch nachweisbar dass heute Kinder mit einer Disposition zum Alkohol zur Welt kommen können wenn sie Eltern hatten die Alkoholiker waren muss nicht geschehen aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass ein Kind genetisch diese Disposition mitbekommt und dann ganz einfach bei der erstbesten Gelegenheit zum Alkoholiker wird aber auch das kann überwunden werden auch wenn es genetisch ist wisst ihr warum weil wir einen Gott haben der größer ist als Gene der hat die Gene geschaffen ich weiß als ich damals ich will nicht von mir auf alles schließen aber ich weiß noch wie bei mir damals es war ich habe getrunken ich habe geraucht ich habe andere Dinge gemacht die man hier besser nicht sagt und da waren Dinge drin die waren Teil meiner Persönlichkeit und als ich mit Gott rang auf meinen Knien anderthalb Stunden lang ich weiß noch wie heute ich habe gerungen ich habe geheult ich habe geschrien ich habe mich abgeschlossen in meiner WG es war niemand da ich war ganz allein ich habe ich habe mit Gott gerungen und als ich frei wurde auf meinen Knien habe ich gemerkt da gibt es jemanden der ist stärker als meine Synapsen denn meine Synapsen haben mir gesagt ich brauche Alkohol ich brauche Zigaretten ich brauche Spielen ich war spielsüchtig meine Synapsen waren so koordiniert mittlerweile physiologisch hier oben dass ich das brauchte aber Gott ist größer als Biologie er ist größer als die Synapsen und er hat sie auseinander getan und ich war frei nach dem Gebet ich weiß es von mir selber dass Genetik oder es war noch nicht mal Genetik aber ich weiß von mir selber dass selbst genetische Dispositionen bei Gott scheitern müssen wenn jemand wirklich raus will was ist wenn ich besessen bin das ist noch schlimmer als Genetik wie ist es mit dem Mann am gesegneten Genezareth gewesen wie viele Dämonen hatte der in sich was sagt der Dämonen als er fragt sag deinen Namen wer bist du was sagt er Legion denn wir sind viele jetzt müsst ihr schauen in Lateinisch was Legion ist 6000 6000 eine römische Legion waren 6000 Soldaten der hatte lass es 5 sein versteht ihr der hatte nicht ein Dämon der hatte 6000 Dämonen in sich der Mann wenn ich der Bibel glaube was da steht und was ist passiert der konnte noch nicht mal sprechen der konnte noch nicht mal sagen Herr bitte hilf mir er konnte es nicht die Dämonen haben ihn das Dämon der konnte nicht mal mehr selber reden der konnte nur noch das reden was die Dämonen wollten mein Name ist Legion und so weiter ich weiß an der Jugendfreizeit wo ein 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 Jugendlicher der da dabei war wieder angefangen hat beim Gottesdienst sich auf dem Boden zu wälzen angefangen hat zu schreien und plötzlich in Frauenstimmen gesprochen hat und da ging nichts mehr da ging gar nichts mehr auch nicht mitten im Gebet da mussten sechs Leute kommen Prediger und Älteste und gekniet und gebetet eine Stunde anderthalb Stunden und dann plötzlich wurde der ruhig der Schaum ging weg und der Junge der ist heute frei der Mann konnte nicht mal sagen hilf mir und er wurde frei weil Jesus seine Augen gesehen hat und gesehen hat der Mann will raus alles vermag ich durch den der mich stark macht aber da gibt es 80 Prozent die Mehrheit die absolute Mehrheit rein rechnerisch die sagt es ist nicht möglich es gibt Riesen die können wir nicht überwinden es ist unmöglich zu überwinden das ist was hier antitypologisch geschieht und damit das Sahnehäubchen dann noch kommt Satan lässt keinen Schritt aus wenn ihr seinen Fingerabdruck kennt wie ihr Menschen zu Fall bringt dann wisst ihr da fehlt noch was was fehlt noch geht zurück an den Garten Eden der Sündenfall was fehlt erster Schritt hat Gott wirklich gesagt Zweifel unser Schutz unsere Antwort ist Glaube Vertrauen ja Gott hat gesagt zweiter Lüge Gegenmittel dagegen Wahrheit dritter Schritt im Garten Eden und das war der Rest das ist das absolut tödlichste Cocktail diese drei Punkte zusammen bitte du wirst so sein wie Gott und erkennen was gut und böse ist sagt mir ein Wort dafür was das heißt sich selber als Gott ihr werdet selbst entscheiden was richtig und falsch ist wie nennt ihr das ihr selbst entscheidet was richtig und falsch ist ihr werdet wie Gott sein ihr braucht nicht mehr jemanden der euch sagt das ist richtig das ist falsch ihr werdet selbst entscheiden wie nennt man das gibt es einen Begriff dafür die selber sich als Gott hinstellen ja da gibt es einen Fachbegriff au to no mi griechisches Wort nomos ist das Gesetz nomi nomos das Gesetz auto heißt selbst auto nomi ich werde selbst mein Gesetz das was war in Eden der letzte der letzte Tropfen zum Überlaufen bei der Eva hey nach Zweifel Destabilisierung Lüge über Gott und über die Realität und jetzt kommt noch hey entscheide doch selber du bist dein Gesetz entscheide du selber was ist übrigens das Anti Antimittel dagegen gegen Selbstentscheidung gegen Autonomie was ist das Gegenmittel Unterordnung richtig Gehorsam Unterordnung und jetzt haltet euch fest was hier passiert lesen wir weiter drei und warum führt uns der Herr in dieses Land dass wir durch das Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder und zum Raub werden habe ich schon gelesen ist es nicht besser für uns dass wir wieder nach Ägypten in die Knechtschaft der Sünde gehen und sie sprachen zueinander wir wollen uns selbst einen Anführer geben wer war der Anführer wer war der Anführer hier Mose Mose war ein Typus für Jesus am Ende der Zeit vor der Wiederkunft heißt das was wir wollen uns selber einen Jesus machen einen Jesus der uns zurückführt in die Knechtschaft der Sünde wir brauchen einen Jesus der uns in der Sünde lässt dann haben wir wieder das Fleisch von Ägypten dann haben wir wieder können wir unserer Lust frönen dann können wir einfach wieder unverantwortlich die Knechte sein wir müssen nur tun was man uns sagt wir müssen nicht mehr Verantwortung übernehmen für uns selbst das ist was hier passiert und was am Ende der Zeit vor der Wiederkunft passieren wird ein neuer Jesus lasst uns einen Jesus über uns setzen der das alles gut heißt dass wir zurück in die Knechtschaft der Sünde gehen das ist was hier passiert siehst du es an allen Ecken wo du durch die Bibel gehst wirst du daran erinnert was hier passiert die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten und lasst uns wieder nach Ägypten zurückkehren und sie sprachen zueinander Vers 4 habe ich auch schon gelesen Vers 5 da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels und Joshua der Sohn Nuns und Kaleb der Sohn Jefunis die auch das Land erkundet hatten zerrissen ihre Kleider antitypisch antitypisch sie weinen über die Sünden die geschehen sie zerreißen sie trauern sie zerreißen ihre Kleider in Hesekiel Kapitel 8 merkt euch das in Hesekiel Kapitel 9 als Sonnenanbetung im Tempel geschieht und noch andere Dinge aber die Steigerung ist die Sonnenanbetung die Absolut wo die Ältesten ihr Gesicht zur Sonne wenden und anbeten darauf geschieht die Sichtung Hesekiel Kapitel 9 ist eine Prophezeiung für die Endzeit darauf geschieht die nach der Sonnenanbetung unter den Christen im eigenen Tempel 2. Thessalonier 2 er wird sich in den Tempel setzen und vorgeben er sei Gott und er wird sich überheben über alles was Gott und Gottesdienst heißt wir wissen was davon gesprochen ist der Mensch der Bosheit der Sünde das Papsttum der durch Gesetzesänderung er wird sich unterstehen Zeiten und Gesetzen ändern Daniel 7,25 wird er in den Tempel in die Christenheit sich eininfiltrieren und wird durch das Sonntag wird er die Christen dahin führen dass sie einen neuen Gottesdienst einen neuen Vater eine neue Religion gründen dann heißt es in 2. Thessalonier 2 da wird Jesus kommen mit dem Hauch seines Mundes wird er ihn vernichten was hier passiert antitypisch ist enorm spannend weil hier in Hesekiel Kapitel 9 da wird die Sichtung aufgrund der Sonnenanbetung kommt es zur Sichtung das sagt die Stimme Gottes sagt zu einem Engel er soll durch Jerusalem gehen und er soll ein Zeichen machen an der Stirn von jedem der den Sabbat hält ein Zeichen machen von jedem der den Sabbat hält stimmt das? sondern was steht da? das ist heftige Literatur die sollten wir studieren jetzt und mach ein Zeichen an der Stirn von jedem der über die Sünden in Jerusalem weint das ist was ihr hier seht Kaleb und Joshua die fangen an über die Sünden zu weinen zerreißen ihre Kleider und Mose und Aaron die können es nicht fassen die werfen sich auf den Boden vor dem Heiligtum und die die mussten wahrscheinlich gedacht haben in den nächsten Sekunden reißt Gott die Erde auf und die verschwinden alle das ist nämlich schon mal passiert mit der Rotte Korah als die rebelliert haben bumm ging die Erde auf und die fielen alle ins Loch rein und waren weg bumm zu fertig und die haben wahrscheinlich gedacht diese haben sich hingeschmissen haben gebetet und haben wahrscheinlich gedacht jetzt ist aus jetzt wird Gott sein Volk verzehren es waren immerhin 80% von den Kundschaftern und wie viel Prozent waren es vom Volk was steht in der Bibel Leute haltet euch fest alle alle bis auf Mose Joshua Miriam Aaron Kaleb alle anderen haben sich angeschlossen sagen lass uns zurück nach Ägypten gehen Leute das ist mindestens so dramatisch wie die Sintflut wo acht Leute nur überleben habt ihr euch mal überlegt das war wie bei der Sintflut absolut dramatisch die ganze Menschheit und hier das ganze Volk glaubt den Lügen das ist der satanische Fingerabdruck im Sündenfall wie er dich wie er dich davon hindern will dass du nach Kanaan gehst schau nur auf deine Schwäche schau auf deine Schwäche ich bin wie eine Heuschrecke das geht gar nicht wie soll das funktionieren Gott hat gesagt so ist es es steht geschrieben Zweifel Lüge Selbstbestimmung Autonomie tödliches Gemisch wehe der Gemeinde wehe dem Christen wehe dem Adventisten der diese drei Elemente in seinem Leben nicht lokalisiert und merkt ups wie gehe ich damit um wie gehe ich mit Zweifel um ich begegne dem Zweifel mit Mut Hoffnung Vertrauen Bestärkung mit Lüge gehe ich um indem ich die Wahrheit sage und mit Autonomie begegne ich mit Unterordnung mit Gehorsam und der Teufel wird vor uns fliehen aber das ist noch nicht alles der Hammer kommt jetzt erst jetzt kommt der Hammer und Josa und der Nunz und sie wissen ihre Kleider Vers 7 und sie sprachen zu den ganzen Gemeinden und den Kindern Israels das Land das wir durchzogen haben um auszukundschaften ist ein sehr sehr gutes Land wenn der Herr gefallen an uns hat so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben ein Land in dem Milch und Honig fließt schon wieder wiederholt er genau die Worte die Gott vorher gesagt hat seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes denn wir werden sie verschlingen wie Brot ihr Schutz ist von ihnen gewichen mit uns aber ist der Herr fürchtet euch nicht vor ihnen da sagte die ganze Gemeinde dass man sie steinigen sollte was passiert hier denkt ihr immer noch mit antitypisch was wird passieren sagt uns diese Geschichte in der Zeit und ich sichere mich ab indem ich von Paulus gehört habe ich habe es gelesen der sagt das ist alles niedergeschrieben für die auf die das Ende gekommen ist Herrn Weitz sagt ganz klar im Geist der Weissagung das ist ein Lehrbeispiel für uns die letzte Generation das heißt wir können hier mit großer Sicherheit sagen was hier passiert wird alles wieder passieren und wir sehen ja es passiert antitypisch alles was bedeutet das dass plötzlich die die ermutigen die sagen es ist möglich zu überwinden es ist möglich das Land einzunehmen und auf Gottes Wort zu vertrauen nicht auf unsere Schwäche auf unsere Grashüpfer zu schauen auf uns zu schauen wie schwach wir sind wir sind Sünder und wir werden Sünder bleiben und wir können nicht und wir ach wie sind wir schwach nein diejenigen die sagen es ist möglich lass uns vorangehen und die Verheißung Gottes wahr machen lasst uns treu sein die werden die sollen gesteinigt werden und wir leben in der Phase wo sich das realisiert wo man Menschen zur Person an und Grata macht wenn sie das glauben oder predigen wir leben in einer Zeit in der wir auf das hören was 80% sagen statt zu studieren was die Schrift sagt darüber über die Hindernisse zu Kanaan kann man die Hindernisse überwinden zu Kanaan nebenbei ich habe das vielleicht vergessen zu sagen was ist denn das größte Hindernis auf dem Weg nach Kanaan was war damals ihr denkt immer typisch antitypisch okay damals war das größte Hindernis nach Kanaan was die Riesen die Kinder die gefressen werden und es gar nicht stimmte was war das größte Hindernis damals sagts ein Wort ein Wort das ist schon ein Fragment davon ein Fragment davon ein Wort ja das ist ein Fragment davon ein Wort aus dem das alles kommt Ego das war das Problem ich Ego was ist das größte Hindernis auf dem Weg in den Himmel himmlisches Kanaan Ego das größte Problem versteht ihr das heißt wenn ihr das jetzt runterbrecht alles die Riesen die Gerüchte wenn ihr das alles runterkocht in ein Punkt runterkocht was ist der Punkt wo die Leute sagen wir können das nicht überwinden was sagen sie was können wir nicht überwinden was ist zu schwierig dort antitypisch spreche ich jetzt runtergebrochen was ist das größte Hindernis was wir nicht überwinden können sagen sie ja sie selbst in unseren Augen hört ihr das in unseren Augen sie sprechen von ihrem Ego ihr Ego sagt wir sind zu schwach deswegen ist das das größte Hindernis und das ist antitypisch unser Ich kann nicht überwunden werden geht nicht unser Ego ist wichtiger als alles andere als Gottes Verheißung als die biblischen Aussagen als der Geist der Weissagung wir haben eine Fülle von Zeugen die sagen wir können jedes Hindernis überwinden auf dem Weg zum Kanan aber nein es gibt eine neue Theologie und die neue Theologie ist eine alte Theologie die ist 6000 Jahre alt nämlich Zweifel Lüge Autonomie du entscheidest selber was möglich ist statt zu sagen meine Kraft ist in den Schwachen mächtig ja ich kann ja mal erkennen dass ich schwach bin ist ja logisch aber die Schwachheit führt bei den Ungläubigen zurück nach Ägypten in die Knechtschaft bei den Gläubigen führt das Erkennen der Schwachheit wohin in noch mehr Vertrauen auf Gott in noch mehr Vertrauen meine Kraft ist in den Schwachen mächtig sagt er zu Paulus ist das nicht schockierend was hier niedergeschrieben ist für die letzte Generation so wie Paulus sagt das ist alles niedergeschrieben für uns auf die das Ende der Zeit aller gekommen ist und wenn ihr Hebräer 3 wir haben die Zeit jetzt nicht aber wenn ihr Hebräer 3 studiert und Hebräer 4 werdet ihr sehen Paulus macht dieses typologische Spiel weiter er fährt es fort könnt ihr lesen er sagt schlagt schnell auf das lohnt sich diese zwei Minuten schlagt schnell auf Hebräer Kapitel 3 Hebräer Kapitel 3 ab Vers Vers 7 sagt ganz schnell ob ihr mit mir seid darum wie der Heilige Geist spricht innehalten merkt ihr es wer Ohren hat der höre was der Geist der Gemeinde sagt was steht hier was sagt der Geist der Gemeinde hört gut zu was der Geist der Gemeinde sagt darum wie der Heilige Geist spricht heute wenn ihr seine Stimme hört so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste wo mich eure Väter versuchten sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt so dass ich schwor in meinem Zorn sie sollen nicht zu meiner Ruhe eingehen habt acht Brüder dass nicht in einem von euch böses ungläubiges Herz sei das im Begriff ist von dem lebendigen Gott abzufallen ermahnt einander vielmehr jeden Tag solange es heute heißt damit die damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde denn wir haben Anteil an Christus bekommen wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten solange gesagt wird heute wenn ihr seine Stimme hört so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung denn einige lehnten sich auf als sie es hörten aber nicht alle die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren über wen war er über 40 Jahre lang zornig war es nicht über die welche gesündigt hatten deren Leiber in die Wüste fielen welchen schwor er aber dass sie nicht zu seiner Ruhe eingehen sollten wenn nicht denen die sich weigerten zu glauben was zu glauben was zu glauben dass Gott recht hat wenn Gott sagt ich führe euch in das Land ihr könnt jedes Hindernis überwinden egal wie schwach ihr seid denn es liegt nicht an eurer Schwäche oder Stärke es liegt an mir ob ihr mir glaubt 2. Mose 14 14 hat es ihnen gesagt ganz klar am Anfang der Wüstenwanderung ihr sollt stille sein und ich werde für euch streiten das war die Lösung für die Riesen und wenn die doppelt so groß gewesen wären als wie in den Augen Gott hat gesagt ich werde für euch kämpfen im Neuen Testament heißt es in Galater ganz einfach runtergebrochen was ich jetzt sage antitypisch heißt Christus in mir Kolosser 1 27 25 das Geheimnis Gottes Christus in mir es ist doch völlig wurscht wie schwach du bist es ist doch völlig wurscht Gott kann es machen dass ich alles überwinde egal was es ist antrainiert anerzogen genetisch egal was es ist Gott kann mich überwinden lassen egal was es ist und er will es auch und er wird es auch außer wir wollen nicht und deswegen heißt es hier und wir sehen dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens wegen ihres Ungehorsams so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein dass nicht etwa bei jemandem von euch sich herausstellt dass er zurückgeblieben ist während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht was ist denn die Ruhe für die des Kana nur der letztendliche letztendliche Bild dafür ist was ist diese Ruhe ist es der Sabbat haben sie die 40 Jahre den Sabbat gehabt ja sind sie zur Ruhe eingegangen zu Gott nein steht hier also was ist diese Ruhe Kapitel 4 Vers 9 wer zu Gottes Ruhe gekommen ist der ruht von seinen Werken nicht mehr ich entscheide was ich tue Gott entscheidet was ich tue und zwar montags sonntags mittwochs dienstags sabbats sonntags egal wann nachts abends im Bett außerhalb vom Bett egal wo du dich befindest wenn du sagst Gott entscheidet nicht ich das ist die Ruhe dafür steht Kana es ist nicht die neue Erde die Ruhe es ist der Zustand des Gläubigen der aus Glauben lebt aus Vertrauen und Gott gehorcht das ist die Ruhe was heißt Ruhe in Hebräisch Aramäisch Shalem Shalom was heißt Shalem ganz vollständig merkt ihr was der Gerechte wird aus Glauben leben aber nur dann wenn es gerade passt nur wenn ich in meinen Augen nicht wie eine Heuschrecke bin nein der Gerechte wird immer aus Glauben leben das ist was hier das ist ein Krimi was hier passiert antitypisch geschieht das jetzt gerade und Leute sollen gesteinigt werden die das Volk ermutigen und sagen lasst uns vorwärts gehen alles vermag ich durch den der mich stark macht die sollen gesteinigt werden Israel war nicht bereit für den Grenzüberschritt nach Kanan wegen der unterschiedlichen Sicht über Gottes Verheißungen Leute wir stehen an der Grenze zu Kanan und das ist ernst ich meine das wirklich so wir stehen direkt an der Grenze wahrscheinlich wenn Gott uns den Vorhang wegziehen würde und wir sehen würden wie nah wir an der Wiederkunft sind dann würden wir wahrscheinlich wir würden sofort Gebetsversammlungen ausrufen wir würden jeden Tag zusammenkommen in Hauskreisen in den Gemeinden wir würden nur noch suchen wo wir uns zusammen treffen können und uns gegenseitig stärken könnten das würde geschehen glaubt mir es wir würden Priorität Nummer 1 würden wir machen Gott und sein Wille nicht mein Job und mein Ach und mein Garten und was auch immer alles oder mein Auto und mein Urlaub und weiß ich nicht was ist ja alles schön ist ja alles gut ist alles wichtig Garten ist schön Job ist schön Bildung ist toll aber wenn Gott uns die Augen öffnen würde wie nah wir wie damals bei dem Geliad als Gott ihm die Augen öffnet und er dann ums Lager sieht was sieht er da er sieht dass das ganze Heerlager umzingelt ist mit Engeln mit einer Armee von Engeln plötzlich sieht er es manchmal ich wünschte ich mir wir würden wirklich der Vorhang weggetan werden dass wir sehen wie nah wir an der Wiederkunft sind sind wir bereit rüber zu gehen keine rhetorische Frage braucht jetzt nicht offen zu antworten denk bitte darüber nach bin ich bereit als ich von Afrika zurückgebe lag ich drei Wochen im Bett war krank hat es ziemlich erwischt es ist mir wurscht wie das hieß ob es Corona oder sonst oder Grippe oder es ist mir völlig wurscht ich habe mich kuriert und in der Zeit habe ich wieder viel nachgedacht und ich habe mir die Frage gestellt bin ich bereit ist meine Familie bereit es gibt einen Text ich möchte euch nicht entmutigen damit aber ich möchte ihn euch vorlesen Zeugnisse Band 8 75 es ist eine feierliche Erklärung die ich der Gemeinde zu übermitteln habe dass nicht einer von 20 deren Namen in den Gemeindebüchern eingetragen sind bereit ist seine irdische Geschichte abzuschließen nicht einer von 20 ich glaube nicht dass diese Zahl mathematisch gemeint ist exakt mathematisch 5% wobei es steht nicht einer von 20 das heißt weniger als 5% wir haben uns auf die Schultern geklopft dass 5 bei den 10 Jungfrauen dass es wenigstens 50 kluge Jungfrauen sind hier steht am Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben am Ende des 19. Jahrhunderts steht geschrieben ihr dürft mir gleich sagen in welcher Phase der 7 Gemeinden das ist da steht nicht einer von 20 ist bereit seine irdische Geschichte abzuschließen welche Phase war das als sie das schrieb Zeugnisse Band 8 ich habe es jetzt nicht aufs Jahr genau aber ich vermute das war um die 1890er Jahre kurz bevor sie nach Australien ging welche Phase der 7 Gemeinden ist das sagt mir nicht flüstern traut euch laut zu reden bitte nein es war Philadelphia nach 18 wobei du hast nicht ganz Unrecht es war so gerade die Phase wo es umbrach von Philadelphia auf Laodicea du hast recht denn das was damals geschah bei der Generalkonferenz 1888 diese viel berühmte Generalkonferenz und so keiner weiß worum es da geht aber trotzdem alle reden davon aber es ist interessant dass gerade das die Umbruchsphase war Herr Weid sagt Gott wollte was Großes tun in dieser Phase er wollte wiederkommen genau zu dieser Phase der Generalkonferenz wollte Jesus wiederkommen er konnte nicht wiederkommen weil der Spätregen die Gemeinde war nicht bereit für den Spätregen sie sagt sogar die Gemeinde war so trocken geworden wie die Berge von Gilboa lasst uns mal darüber nachdenken wenn wir Gottesdienst feiern worum es beim Gottesdienst geht nicht einer von 20 das hat mich als ich das erste Mal gelesen habe als ich mich vorbereitet habe für Genf für eine Gebetswoche da bin ich das erste Mal auf diesen Bibeltext gestoßen und da hat es mich geschaudert warum wenn das an der Grenze war von Philadelphia die keinen Tadel hat zu der Phase zu Laodicea wo jetzt diese Übergangsphase ist ich muss nachschauen bitte nehmt mich nicht wortwörtlich ich weiß nicht in welchem Jahr dieses Zitat geschrieben wurde ich werde nachschauen ich vermute nur dass es in den 1890er Jahren war ich kann mich aber hier auch täuschen das sage ich ganz bewusst dazu ich werde da nochmal nachschauen aber was glaubt ihr ist die Gemeinde seit dieser Zeit wo sie damals lebte in dieser Zeit müsst ihr euch vorstellen ohne Internet das knallt jetzt das musst du rausschneiden sonst heißt dann der Taubert hat während seiner Predigung gesagt jetzt knallt es gleich ich kenne das schon ja ja ich kenne das schon jetzt knallt es gleich das habe ich gesagt was denkt ihr in der Phase der Kirchengeschichte des Volkes Gottes in einer Phase wo es kein Internet kein YouTube keine Pornografie kein weiß ich nicht was Red Bull und den ganzen Schwachsinns gibt in dieser Phase sagt sie nicht einer von 20 was denkt ihr ist es besser geworden oder schlechter was für eine Frage es gibt keinen schwierigeren Zustand als in dem wir uns momentan befinden keinen schwierigeren versteht ihr was ich sagen will selbst wenn diese Zahl nicht mathematisch genau gemeint ist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 20 du bist nicht bereit versteht ihr ich glaube das nicht dass das 1 zu 1 mathematisch gemeint ist aber es gibt eine Tendenz an nicht einer von 20 ist eine Tendenz das zeigt es sind nicht die Hälfte es ist nicht ein Viertel und das ist und für die Jugendlichen genau das gleiche Zeugnisse Band 1 504 das heißt sie hat das nicht nur an einem Jahr gesagt sie hat das verteilt gesagt über ihren Dienst tut mir leid das ist mein Versäumnis ich hätte nachschauen müssen wann sie das gesagt hat mir wurde gezeigt das ist meine Meinung das ist mein Eindruck das ist das was ich denke was sagt sie mir wurde gezeigt das heißt was sie jetzt sagt ist göttlichen Ursprungs und sie sagt mir wurde gezeigt dass es nicht einen von 20 Jugendlichen gibt der weiß was Religion aus Erfahrung bedeutet das ist unser Problem Kinder und Jugendliche von uns die wissen alles die haben so einen Kopf von adventistischer Lehre teilweise aber erleben sie das leben sie darin das ist der Punkt wo ist das Problem ich habe mir vorgenommen um fünf fertig zu sein ich habe noch zehn Minuten es fehlt an der Vorbereitung ganz einfach das ist die Lösung das ist kein Damokles Schmerzschwert das über mir schwingt und sagt wir sind alle verloren nein hier gibt es Hoffnung die Winde werden zurückgehalten wir können jetzt was am Jom Kippur stattfand 3. Mose 23 was da steht die Leute bekamen frei von ihrer Arbeit sie sollten Prioritäten setzen da ist keiner zur Arbeit gegangen sie sind nach Hause gegangen und haben was getan steht wörtlich drin wir können es lesen ein jeder sollte sein Herz untersuchen und schauen wo es Dinge gibt die nicht geklärt sind und dann steht wer nicht fastete an diesem Tag Jom Kippur der sollte von seinem Volk ausgerottet werden steht wörtlich drin nun da ist nicht mit gemeint wer an dem Tag nicht gegessen hat oder nur Müsli gegessen hat oder nur Saft getrunken hat das steht da nicht da steht Fasten in Jesaja 58 steht was ist wahres Fasten wer an diesem Tag nicht gefastet hat das heißt schaut euch das hebräische Wort es ist ganz spannend was das meint es meint das Durchforschen des eigenen Herzens wer das nicht getan hat zu dieser Zeit wurde aus dem Volk Gottes ausgerottet denn dann ging der hohe Priester ins Allerheiligste hat seine Sünden mitgenommen dort vom Allerheiligsten ist rausgegangen zu dem zu dem Assasel und hat die ganzen Sünden zurückgeworfen auf den Urheber der Sünde und diejenigen die das nicht durchforscht haben die sagten es ist alles in Ordnung wir bedürfen nichts kennt ihr das woher kommt das wir bedürfen nichts sind satt wir sind reich wir brauchen nichts es ist alles in Ordnung es ist ein katastrophaler Zustand und wir sind wie hypnotisiert wir lesen das in der Bibel und wir fahren Jahr für Jahr so weiter fort und setzen keine Prioritäten was denkt ihr möchten alle ins Himmelreich von den Gläubigen ja lest mal mit mir Lukas 23 ich habe eine Frage an euch ob ihr das für mich erklären könnt Lukas 13 24 ringt darum ich lese hier nach Luther ringt darum dass ihr durch die enge Pforte hineingeht denn viele das sage ich euch werden danach trachten in anderen Übersetzungen wo steht suchen wie sie hineinkommen und sie werden es nicht können da steht nicht alle da steht viele ich würde sagen die meisten suchen danach wie kommen sie da rein in diese Pforte und sie werden nicht reinkommen durch die enge Pforte ich habe eine Frage was ist hier los warum kommen die nicht durch warum kommen die nicht durch der Text der Text gibt selber immer die Antwort ihr müsst nur in den Text schauen da ist ein Verb drin habt ihr es gefunden richtig ringen im Englischen steht dort ich weiß nicht ob ihr mit Englisch gut könnt da steht Strife wisst ihr was Strife heißt gut Strife heißt es ist eine Bemühung eine Anstrengung fast schon in Richtung Kampf es ist eine anstrengende Effort wie sagt man Bemühung es ist nicht einfach okay ich versuche es und da denke ich an Jakob der rang und womit hat er gerungen nee ja und nein mit wem hat er gekämpft ja und doch nicht er hat das ist unglaublich was da passiert das im Deutschen kommt es nicht so durch in der Nacht kommt Jesus zu ihm und er sagt in der Luther ist es so übersetzt er sagt lass mich gehen lass mich gehen ich habe gedacht ich sehe meinen Augen nicht ich hatte einen Lehrer der fließend Hebräisch sprach Dr. Winandi ich glaube er ist gestorben schon er war früher mal Prediger in Jerusalem und er hat in Hebräisch hat er seine Dissertation gemacht über eine bestimmte Sache der Mann war einfach fit und er hat uns das gezeigt aus der Literatur was da steht es ist in Israel die Scheidungsformel zwischen zwei Ehepartnern gewesen lass mich gehen ich gehe nicht von mir aus schick mich weg das war eigentlich das wenn zwei sich geschieden haben war das die offizielle Scheidungsformel bei uns steht nur lass mich gehen aber das war die offizielle Scheidungsformel das heißt wir sind am Ende wir gehen auseinander und dann hat plötzlich der Jakob verstanden es ist ernst es ist Trennung mit Gott echte Trennung für immer unauflösliche Trennung für immer das ist kein Spaß Jesus verabschiedet sich von mir schon mal überlegt was für ein furchtbarer Moment das sein muss für Jakob dass Gott zu ihm sagt schick mich weg wir sind getrennt jetzt versteht ihr warum der nicht mehr loslässt der hängt sich dran es ist ihm völlig egal ob seine Hüfte zerschmettert es ist ihm alles egal nur nicht loslassen bloß nicht loslassen das ist genau die Erfahrung von der gesagt wird dass wir sie erleben werden das ist das Ringen viele werden versuchen reinzukommen in dieses enge enge Pforte aber sie werden es nicht können wie sie hineinkommen wie kommt man durch die enge Pforte an der Pforte bestechen der dort steht wie kommt man da rein was hat Jakob gemacht was starb in dieser Nacht bei Jakob sein Ich das ist der bildhaft ist es das Bücken enge deswegen sagt die Bibel durch den Geist Gottes enge Pforte an einer engen Pforte passt nur noch du selbst durch niemand anders mehr nichts anderes passt da mehr durch auch kein aufgeblähtes Ego das passt da nicht durch deswegen sie werden versuchen wie sie hineinkommen und es wird nicht gehen weil das Ego kannst du nicht in einem Tag verändern das Ego ist eine Charakterveränderung die ich die alles erfordert das ist der Grund warum sie nicht reinkommen nicht weil Gott ungerecht ist oder weil er nicht will dass sie durchgehen es geht nicht es gibt keinen Platz im Himmel für ein Ego für dich ja für mich ja aber nicht fürs Ego es gibt keinen Platz im Himmel für Ego das muss hier bleiben das muss verbrennen das Ego muss naja vorsichtig der hat sich zum Katholizismus konvertiert das muss nicht verbrennen vergesst das wieder das Ego muss hier bleiben das bleibt zurück auf dieser Erde und alle die dieses Ego nicht loslassen wollen die das Ego mehr lieben als Gottes Wort und ihm zu vertrauen werden auch auf dieser Erde bleiben das ist das Traurige das ist der Grund warum viele versuchen reinzukommen aber sie können nicht weil das Ego mit durch soll es soll mit durch das Loch komm lass es mit wir machen uns einen Jesus der uns zurückführt in die Knechtschaft an der Kanansgrenze wir suchen uns einen Anführer der uns zurückführt in die Knechtschaft und uns sein lässt wie wir sind denn wir sind ja alle schwach und keiner ist wirklich und so weiter zwei Minuten was brauchen wir was würde dir vorschlagen was ist eine Lösung was ist das dringendste was wir jetzt brauchen das allerdringendste bitte so ist es genau auf den Punkt gebracht hört mal ihr kennt es ja aber ihr kennt nur einen Teil des Zitats ich lese das Ganze Zeugnisse Band 1 4 und 69 eine Erweckung wahrer Frömmigkeit ist unter uns es steht im Deutschen Belebung aber eine Belebung oder Erweckung bedeutet das Gleiche nämlich dass jemand vorher tot ist die Bibel definiert ich habe das nicht das wäre eine eigene Predigt jetzt was ist die Definition von Tod in der Bibel steht ganz deutlich es steht drin was das bedeutet wann jemand tot ist wenn er in der Sünde lebt und auch darin leben will und weiterlebt diese zu suchen sollte unsere erste Aufgabe sein wir müssen uns ernsthaft bemühen strife ringen steht wörtlich hier wir müssen uns ernsthaft bemühen oh Taubert jetzt kommst wieder mit dem belastenden Evangelium dass man sich bemühen muss ich kann nichts dafür dass das hier steht das ist inspiriert das bin ich ich den Segen des Herrn zu erlangen aber Moment ich habe ein ganz anderes Gottesbild das ist doch das was Gott gern geben will den Segen einfach rauf und schütten den Segen tonnenweise über uns Segen schütten ist das nicht unser Gottesbild oder kommt das unser Gottesbild ins Schwanken wenn hier steht wir müssen uns ernsthaft bemühen den Segen des Herrn zu erlangen nicht weil Gott nicht bereit ist uns seinen Segen zu geben sondern weil wir nicht vorbereitet sind ihn zu empfangen das Ringen ist gegen mein Ego Gott kann nicht das Ego segnen er würde uns in den sicheren Tod schicken wenn er uns den ganzen Segen gibt während wir aufgebläht sind und wir machen was wir wollen und wir nicht aus Glauben leben sondern manchmal tun was Gott will und manchmal entscheiden wir uns es so zu tun wie wir wollen wie kann Gott das segnen er wird uns in den sicheren Tod er wird ein Komplize sein von mir der Satan wartet nur darauf dass er dem Gott sagen kann schau mal du hast ihn mit in den Tod geschickt nein er kann uns erst segnen wenn wir vorbereitet sind so wie der Same erst aufgenommen werden kann vom Acker wenn der Acker aufgebrochen ist Hosea Kapitel 2 übrigens lasst uns ein neues pflügen schaut mal was da steht der Acker muss erst aufgerissen werden dann der Samerei nicht den Samen oben drauf wobei ich unser himmlischer Vater ist bereiter denen seinen heiligen Geist zu geben die ihn darum bitten als irdische Eltern bereit sind ihren Kindern gute Gaben zu geben ich meine ich brauche nichts sagen jeder der Vater und Mutter weiß was da steht haben eure Töchter jemals darum gebeten dass ihr ihnen Essen gebt Frühstück Abendessen und sagt haben wir heute Frühstück kriegen wir heute Frühstück können wir heute Mittag essen dürfen wir in die Schule gehen die müssen doch da nicht darum bitten um das Gute das kriegen sie von uns hinterhergeschmissen als Eltern auch wenn sie das manchmal gar nicht merken das ist was hier steht der heilige Geist gibt Gott viel lieber als wir unseren Kindern gute Gaben geben aber wir können ihn nicht empfangen weil wir nicht vorbereitet sind das heißt Geschwister vorbereitet auf die Wiederkunft heißt vorbereitet auf den Heiligen Geist die Wiederkunft bringt uns überhaupt nichts wenn wir nicht vorbereitet sind auf den Spätregen das ist die Vorbereitung wie empfange ich den hört mal ausgewählte Botschaften Band 123 es ist unsere Aufgabe durch Sündenbekenntnis Demut Reue ernstes Gebet die Bedingungen zu erfüllen unter denen Gott versprochen hat seinen Segen zu gewähren eine Erweckung kann nur in Antwort auf das Gebet darum erwartet werden Boing was steht da es ist nicht Gott das bin ich sind wir als Gemeinde die nicht bereit sind für die Wiederkunft nicht weil wir nicht über die Wiederkunft predigen nicht weil wir nicht seit 160 Jahren darauf warten dass Jesus wiederkommt als Adventisten sondern weil wir nicht vorbereitet sind auf den Spätregen und wir andere Vorstellungen haben was Spätregen bedeutet der kommt einfach erfrischt uns und macht uns plötzlich zu neuen Menschen steht da nirgends da steht Gott gibt den Frühregen und Spätregen zu seiner Zeit der Spätregen wo nicht der Frühregen sein Werk getan hat macht gar nichts außer das weg zu schwemmen Bedingungen allein dieses Wort treibt uns den kalten Schweiß in den Nacken das Wort Bedingung wie wachst du es in Bezug auf Erlösung das Wort Bedingung zu sagen Gott ist für uns alle gestorben er hat uns alle gerecht gesprochen ja aber nur wenn wir es annehmen nur wenn wir es zulassen wir alle müssen und sollten jetzt Gott und seinen Willen suchen und keiner wird von uns die Prüfung ich betone das ihr könnt mich zitieren keiner von uns wird die Prüfung die uns bevorsteht bestehen wenn es nicht vorher eine echte gott geführte nicht menschen geführte Erweckung und Reformation bei uns gibt und da muss sich jeder jetzt an die Nase packen da kann keiner auf den anderen zeigen das ist alles Ablenkungsmanöver was hier gerade passiert damit wir bloß nicht zum Denken kommen egal ob es um Gerechtigkeit für Schwarze geht Gerechtigkeit für Frauen Gerechtigkeit für Schwule Gerechtigkeit für Immigranten Gerechtigkeit 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 und wir schreien und machen und Fäuste und dies und das und wir merken nicht das ist eine Ablenkung davon von der Ungerechtigkeit die in meinem Herzen wohnt und die nicht vollständig ausgeratiert ist alles Ablenkung denn das ist ein psychologisches Moment das funktioniert auch bei Autofahrern ich habe meine Sendung darüber gehört warum gaffen die Leute so wenn Unfälle auf der Autobahn sind ich meine das langt aber wenn ich sehe oh da ist ein Unfall manchmal betet man noch für die Leute das haben wir früher mit den Kindern gemacht wenn wir den Krankenwagen gehört haben da haben wir für die Leute gebetet das ist doch schon schlimm genug und dann fahre ich weiter ich meine aber warum gaffen die und gucken ob sie einen Toten sehen warum da habe ich im Radio mal eine Sendung drüber gehört ich weiß nicht ob das stimmt und dieser Psychologe hat gesagt der Grund liegt darin dass die Menschen dadurch dass sie Dinge sehen von denen sie sehen es hat nicht mich erwischt sich ihre Kraft holen und wissen es ist schrecklich aber Gott sei Dank hat es nicht mich erwischt sagt es so ähnlich der Psychologe ich weiß nicht wie weit aber da hört sich was ich höre da was raus wo was dran ist ich möchte das füllen was ich gesagt habe Zeugnis 7 ich habe gerade eine These aufgestellt keiner wird den Test bestehen die Prüfung bestehen wenn es nicht eine echte Erweckung gibt ich habe das nicht erfunden ich lese hier Seite 284 Zeugnisse 7 der Herr wird nicht einen nicht einer von 20 jetzt schaut mal wie es runter geht die Prozentzahl nicht einen in die Wohnungen einlassen die er für die Rechtschaffenden vorbereitet hat der sich selbst genug ist wo ist das Problem was ist die enge Pforte hat Gott es so eng gemacht damit er einige Leute draußen lassen kann was macht das unmöglich die enge der Pforte warum ist die Pforte zu eng wegen meinem aufgeblasenen Ego nicht weil die Tür so eng ist weil ich so breit bin und nicht durchkommen durch die Tür er wird nicht einen in die Wohnung einlassen die er für die Rechtschaffenden vorbereitet hat die sich selbst genug sind mit anderen Worten und ich fasse zusammen Selbstgenügsamkeit Ich-Zentriertheit Egoismus verhindert echte Vorbereitung aber genau da sind wir als Laodizea das ist genau wir sind jetzt genau im Kernbrennpunkt des Problems von Laodizea das passt schon alles geht schon gut mach dir keine Sorgen mach Gott nicht kleiner reduzier Gott nicht auf deine Schwachheit und so weiter und so fort Leute wir leben jetzt in der Zeit der dritten Tempelreinigung wisst ihr das es gab zwei in der Bibel die erste bei der Hochzeit zu Kanan die zweite kurz vorm Ende seines Dienstes auf Erden vor der Kreuzigung gab es zwei Tempelreinigungen und jetzt ist die dritte und das bin ich meine Tempelreinigung christliches Leben heißt zitiere stetiges Vorwärtsschreiten was sagte die Stimme zu Michael Hingson der überlebt hat als Blinder das ist Hoffnung für eine blinde Gemeinde die Stimme sagte fokussiere dich nicht auf das was du nicht kontrollieren kannst fokussiere dich worauf? dass du vorwärts gehst mit deinem Hund er hat es gemacht und hat überlebt als Blinder und das ist genau der Weg für Laodizea hier steht es christliches Leben heißt stetiges Vorwärtsschreiten durch Jesus Christus wird sein Volk gereinigt und geläutert werden aber erst aber erst wenn sich sein Wesen vollständig in ihnen widerspiegelt sind sie vollkommen und heilig und sind dann bereit für die Verwandlung von einem Christen wird Großes erwartet wir sind aufgefordert uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen unsere Heiligung und unsere Heiligung in der Furcht Gottes zu vollenden und ihr Lieben ich könnte das nachweisen dieses Zitat was hier gesagt wird ist unter Beschuss jetzt dieser Glaube dass das Abschlusswerk hier jetzt geschehen kann mit dir und mit mir ist unter Beschuss wir reduzieren uns auf Heuschrecken theologisch sind wir aber nicht außer wir wollen es sein wenn wir Heuschrecken sein wollen dann wird uns niemand daran hindern hüten wir uns davor dieselbe Sünde zu begehen wie die acht Kundschafter damals in den Grenzen Kanans hüten wir uns davor und sagt niemand hier das kann mir nie passieren sagt das nicht ich habe auf meinem Weg der Ausbildung im Studium und als Prediger gibt es Menschen die mich geprägt haben im Denken und heute nicht mehr da sind vor kurzem kriege ich einen Anruf ich kann hier keine Namen sagen vor kurzem kriege ich einen Anruf dass derjenige dessen Trauzeuge ich war der mich am stärksten beeinflusst hat theologisch in meinen ersten Jahren nach Madern Taufe einer der besten Prediger den ich je kennengelernt habe als junger Prediger habe ich gehört dass er gestorben ist er war so alt wie ich Herz ist stehen geblieben was mich wundert aber das Traurige ist nicht dass er gestorben ist das war jetzt vor ein paar Wochen das Traurige ist dass er schon seit 15 Jahren kein Adventist mehr war seine Ehe wurde geschieden er wurde evangelisch hat nochmal geheiratet und Kinder bekommen und das war einer der vollmächtigsten Prediger die ich gekannt habe sagt bloß nicht mit mir kann das nie passieren das passiert genau dann mit uns wenn wir glauben wir sind sicher wenn wir nicht beten wenn der Heilige Geist uns nicht erfüllt wenn man sagt keiner ist nur eine Minute sicher von uns oh der Tauber der predigt wieder Angst nein ich predige keine Angst ich habe keine Angst vor meinem Heiland glaubt mir das ich freue mich auf mein Heiland aber wir müssen endlich die Wahrheit sagen und endlich aufwachen in unseren Gemeinden gibt es ein großes Problem weltweit und das ist dass wir nicht vorbereitet sind für den Spätregen aber das ist höchste Zeit und das will Gott machen durch Reinigung nächstes Mal wenn ich irgendwann wiederkomme so Gott will dann werden wir studieren was es letztendlich ist auf den einzelnen Schritten wie Gott seine Gemeinde reinigt Fakt ist es geht nicht ohne Reinigung wie war die Frage am Anfang weiß es noch jemand in Sprüche 20 Vers 9 was ist die Frage der Stunde die Frage jetzt in unserer Zeit wer kann sagen dass er ein reines Herz hat wer kann sagen von sich dass er von seiner Sünde gereinigt ist und wisst ihr die Sünde ist nichts was von außen da irgendwo galoppiert das sind alles nur Symptome zählt mir jede Sünde auf die euch einfällt jede jede ich fordere euch raus nehmt mir jede Sünde von stofflichen Sünden bis zu nicht stofflichen Sünden nehmt mir jede und das sind alles Symptome das sind alles Symptome die Krankheit sitzt tiefer die Krankheit sitzt in dem Ich dass ich Sünde liebe dass ich mit der Sünde mich arrangiere und dass ich glaube dass es einen Jesus gibt der mich in der Sünde rettet eine Verheißung mit der wir nach Hause gehen ein Versprechen das Gott versprochen hat Hesekiel 36 25 bis 27 habt ihr es? Hesekiel 36 25 bis 27 und ich will reines Wasser über euch sprengen sodass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen viermal in einem Satz habt ihr es gehört? viermal in einem Satz das Wort reinigen wenn das nicht deutlich macht worauf es Gott jetzt ankommt in unserem Leben es geht um Reinigung richtige von innen her nicht von außen schaff das aus deinem Weg trenn dich von dem das sind äußerliche Maßnahmen die durchaus seinen Sinn machen von absondern denkt daran von absondern für absondern von heute Morgen aber das ist nicht die Endlösung oh das Wort Endlösung darf man ja gar nicht mehr sagen es ist nicht die letzte Lösung die letzte Lösung muss innen stattfinden und das ist eine Verheißung Gott will mich reinigen und er kann es er vermag es ich nicht aber er ja dem aber der überschwänglich tun kann über alles das was wir bitten oder verstehen nach der Kraft die da in uns wirkt was für ein Text der da überschwänglich geben kann über alles was wir bitten können es gibt keine Grenzen für die Brauchbarkeit dessen der sein Ich beiseite nimmt und dem Heiligen Geist Raum gibt zu wirken an uns es gibt keine Grenze die Grenze setze ich die Grenze an Kana an setze ich Gott will nicht dass ich da an der Grenze stehe er hat gesagt geh vorwärts und Geschwister jetzt ist Zeit vorwärts zu gehen höchste Zeit wollen wir noch beten Vater danke für diesen stillen Augenblick sind viele Worte gerade in diesem Raum gemacht worden in unsere Ohren getrunken aber Herr was nützt das alles wenn wir deine Stimme nicht hören ich bitte dich Herr für all die Lieben hier die wir jetzt versammelt sind zusammen im Studium und denen die das hören egal wo und wann dass du uns hilfst dass wir uns so sehen wie du uns siehst dass wir uns nichts vormachen dass wir uns nicht bügeln und so sehen wie wir uns gerne sehen wollen oder so wie andere uns gerne sehen wollen sondern dass wir die Kraft und den Mut haben uns dem zu stellen was der Geist der Gemeinde sagt danke für den Brief den du hast geschrieben an uns in der Gemeinde in Laodizea danke dass du uns so sehr lieb hast du sagst wenig Liebe den züchtige ich Herr manches tut uns manchmal weh wenn wir hören dass 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 der Weg nach Kanaan kein Spaziergang wird wir wünschen uns das so sehr aber Herr du möchtest nicht dass wir uns täuschen sondern der Realität ins Auge sehen dass wir abnehmen müssen am Ego so wie Johannes das gesagt hat er muss zunehmen ich aber muss abnehmen Herr auch wir müssen schleunig darüber nachdenken welche Prioritäten wir setzen in unserem Leben Beruf Karriere und all die anderen Dinge die man vielleicht erreichen will in diesem Leben ich erinnere mich an den Psalm von Asaph wo er sagt habe ich nur dich dann frage ich nicht nach Himmel und nach Erde oh wenn wir doch dasselbe sagen könnten Herr ich möchte dich bitten dass du all die Worte die wir studiert haben die Texte die Gedanken dass du sie durch deinen Heiligen Geist filterst und das was für uns entscheidend ist wieder in Erinnerung bringst und daraus Frucht wachsen lässt für uns und unsere Kinder unsere Familien für die Gemeinden auch für diese Gemeinde hier segne die Gemeinde lass sie wachsen aber nicht nur zahlenmäßig sondern auch im Herz nehmen im Geist öffne du jedem die Ohren dafür was der Geist der Gemeinde sagt hier danke dass du sprichst danke dass du ein lebendiger Gott bist und kein Götze der Augen die Augen haben aber nicht sehen können die Ohren haben und nicht hören können und die Münder haben und nicht sprechen können du bist anders du bist lebendig und du möchtest nichts lieber als uns das offenbaren wie lebendig du bist hilf uns dass wir das zulassen und dass wir nicht dich nach unserem Bilde gestalten sondern dass du uns nach deinem Bilde gestaltest das ist unser Wunsch das ist mein Wunsch aber nicht nur für mich Herr wir bitten jetzt ganz besonders für unsere Kinder denn jeder der hier drin Vater und Mutter ist weiß wovon ich spreche wie der Satan versucht unsere Kinder dahin zu führen dass sie in dieser Welt bleiben wollen und nicht mit nach Kanan dass sie zurück wollen nach Ägypten oh bitte lass es nicht zu hilf uns egal wie alt sie sind klein und groß und schenke uns diesen Sieg als individuell aber auch als Familien als Gemeinden dass wir einig und einmütig im Geist und in der Wahrheit vorwärts gehen und uns nicht darum kümmern was wir nicht kontrollieren können sondern dass wir uns darauf konzentrieren vorwärts zu gehen so wie du es gesagt hast den Weg der gerade geht nicht zur Rechten segne hier jetzt die Gemeinde die die hier sind aber auch die heute nicht da waren und lass dein Licht leuchten hier in diesen Flecken auf dieser Erde damit die Menschen hier um die Gemeinde herum sehen dass du ein Volk hast hier auf dieser Erde danke für deine Segnungen wir legen alles in deine Hände alles was in der Zukunft kommen mag was wir nicht kontrollieren können Corona oder sonst was wie es heißt wir wissen du bist größer als all das und du hast es auch wenn es oft nicht so aussieht aber du hast alles in deinen Griff und in deinen Händen du führst die Geschichte und du lässt Dinge zu so wie du es möchtest mach uns treu und stark und lass uns ja Lichter sein Vorbilder damit du erkannt wirst in dieser Welt wenn Menschen uns beobachten Herr vergib uns wo wir es in der Vergangenheit nicht getan haben sei es durch Leichtfertigkeit oder dadurch dass wir es gar nicht gemerkt haben wo wir ein Bild von dir weitergegeben haben das nicht dir entspricht vergib uns bitte und hilf uns dass du uns reinigen kannst von aller Ungerechtigkeit und dass wir bereit sind so wie wir gelesen haben zu ringen zu ringen einzugehen in die enge Pforte so wie Jakob gerungen hat damit wir lernen immer mehr oder immer weniger auf uns zu schauen und auf dich der du unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist wir glauben das was die Bibel sagt dass das was du beginnst zum Ende führst zum Ziel führst danke für diese Zusage danke für dein Versprechen und wir loben dich und wir preisen dich dafür für deine Liebe für deine Güte für deine Geduld mit uns und für deine Gaben die du bereit bist jedem zu geben der sie möchte danke Herr Jesus für deinen Geist Amen Amen Amen.